Ja, 104 Jahre. Ich lache mir hier mit der Ton. Also, hier hoch müssen wir irgendwo. Was müssen wir noch machen? Dort runter gehen. Okay. Na? Ja, was ist hier? Was ist... Junge, greif, angreifen. Okay. Das nehme ich hier und nicht da oben. Ja, genau. 46 Schaden für ein kleines Ausschützig. Ja, stimmt. Ich bin ja so verletzlich. Ich bin ja noch kleines Kind. Hier, das bekommst du als Abrechnung. Dafür, dass du mich ausgelachen hast. Ausgelacht hast. Hä? Du? Hallo? Ich treffe jetzt endlich. Gut. Tschüss. Blöde Greifeln haben wieder nichts anderes im Sinn, als mich anzugreifen. Geht's noch? Ja, genau. Ja, genau. Der Mond flackert einfach mal. Ich frage mich, was das für eine Scheiss-Engine ist. So hohe, äh, Grafikanforderungen und so Scheisse gerade. Ah, da kann man nichts mehr. Ah, da kann man nichts mehr. Flackert doch nochmals. Ja, flackert noch ein bisschen. Ja, voll der geile Ball. So, und wir haben noch einen verstärkten Handschuh. Hier droppen extrem viele Items. Aber später? Keine mehr. Ich habe mindestens 2000 Gegner besiegt und kein Item bekommen, das man anziehen kann. Richtig doof. Richtig doof. Spieh ich kacka. Mag ich nicht schon. Ich will die ältesten Ghosts online spielen. So, ab geht. Und mal Sachen verkaufen. So, Krieg, Stahl, Blähdrosen, Six, Herrwolf, H und Felsch. Gut. Sonst? Wir müssen hier draussen noch etwas erledigen. Das ist 2H von junger Lysian. Aber wir gehen zu Wares. Wir gehen hier runter. Wir gehen hier runter. Zu den... ...Duggefangenen Abarthal können wir auch hier benutzen. Jetzt müssen wir schon dankbar angreifen. Oh, die werden schwer sein. Ja, die Quests machen wir später. Dann probieren wir einmal. Wegen dem Bluten... ...das ist ein bisschen schwer dagegen. Genau, wegen dem... ...das Rechen. Okay. Ja. Ich hab schon fast kein Leben mehr.. Das ist zu extrem. Also wirklich... ...bäh! Sag ich nur, Bäh! Na ja, blödes Heil nehmen wir. Wir sind zu dumm um Heiltränke einzubauen, die man einfach so nehmen kann. Die müssen ja nicht stark sein. Man kann es ja irgendwie verbieten, dass man sie im Player gegen Player kampflich einsetzen kann, wenn ein feindlicher Spieler in der Nähe ist oder so. Aber doch nicht einfach das ganze Spiel kaputt machen, indem man keine Heiltränke einbaut, sondern wirklich minutenlang warten muss. Einfach nur warten. Nicht weil das geht schnell. Später hat man so viel Leben, da geht es extrem langsam. Ja, wie versteht euch doch eigentlich. Ja, das ist schon fett. Was sind das für Quests? Später muss man zwanzigelernen. Nein. Nein. Ah, den da. Und jetzt? Ich muss noch nicht runter gehen. Ah, die da gefangen noch töten. Du kommst mir nicht zu nah. Das ist sowas von kacke. Heule dich. Heule dich. Heule dich. Heule dich. Ich hab dich. Ja, heule dich. Heule dich. Mhm. Ich bin ein Einbieter von der Ausbildung. Da. BANG! Und BANG! Es ist aber auch komisch, dass der Zeug kein Pfeil versiesst. Jaja, wir haben einfach mal den Pfeil weggemacht. Mit einem Direkttreffer eingebaut. Wieso nicht? Wir sind die besten Entwickler der Welt. BANG! Schuss! Schuss! Das ist um... Okay. Dann könnten wir die Densky ansetzen, wie wir ein bisschen schneller laufen. Das Pferd können wir nicht benutzen, wir sind ja noch im Kampf. Wir sind noch lange im Kampf. Wir können doch nicht einfach direkt aufsteigen. Das geht doch nicht. Und wir müssen tausendmal auf den Quest geben. Folge. Na, gibt es noch einen Aufstieg heute? Ähm, da oben. Gut, ja. Haben wir sonst noch etwas? Was, keine Quest mehr? Oje. Ja, einfach mal keine Quest mehr. Also hier müssen wir Albino-Bären töten. Ah-ha. So. Näste. Da näste bitte. Da ist noch einer. Okay, sind beide noch da, die wir brauchen. Habe ich gesagt, du darfst dich einmischen? Dummes Tier. Er hat keine Kollegen, er muss mich angreifen. Was hat er? Aha, der ist Paladin. Geschützer, Verbündete. Ja, man sieht es. Er hat gar nicht keinen Waffe gegeben. Verstehe ich nicht. Ja, man kann Spiele wohl nur die Erfahrung klauen und so. Aber da lasse ich mich jetzt nicht. Irgendwann ein bisschen Erfahrung. Ein Level, ja. Ein Level auf 60. Das wäre ja gut. Er hat auch keine Erfahrung, ein kleines Bittchen. So, ähm, da hat man jetzt eben keine Quest. Dann gehen wir wieder zurück. Zurück. Oh, wieviel Mann muss man nicht mehr wieder zurück. Die Schnarch. Eine Lampe. Hehehe. Wieviel Mann und Quest-Scapes zu tun. So, da. Jetzt. Ah ja. Das mit den Tieren. Jetzt haben wir drei verschiedene Tränke. Okay. Sonst nicht eins. Na, du. Bis denn schluck. Halt deine Augen. Da duck long. Und das kleine Tierchen. Das kleine Bällchen. So. Ah, das kann ich jetzt so. Ah, links dran, blöde Steuerung. Gut, wie viele Erfahrungen gibst du? Ja, sollte das ein Scherz sein. 40 und 42. Gut, jetzt haben wir keine Quests mehr. Ähm, wir gehen mal kurz runter schauen, ob ihr dort noch Quests habt, ob ich glaube nicht. Ja, sonst level ich noch ein bisschen und dann machen wir das nächste Mal mit dem Quest von Stufe 14 weiter. Okay. 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 Hm, keine, wir können mal zum Händler für Hosen-Schneider und schauen mal, ja da ist gleich, ich hoffe ich zeig's. Hm, ok, dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Drago Wasser, tschüss.